Der FC Bayern München braucht nochmal eine Generalprobe vor dem Spiel gegen den FC Chelsea. Da ist man zwar schon auf der fast sicheren Seite, da man das Hinspiel gegen Chelsea London extrem sicher gewinnen konnte. Aber Chelsea ist eben nun im Spielrhythmus und der FC Bayern knapp einen Monat aus der Routine heraus. Aber die Münchner hatten hier gegen Olympique Marseille die bessere Anfangsphase und in der fünften Spielminute schlug dann um ein Haar direkt Neuzugang Leroy Sané zu, der hier mit einem anspruchsvollen Schuss jedoch nur den Pfosten trifft. Marseille in den hellblauen Trikots von rechts nach links ist ja auch lange nicht mehr im Rhythmus gewesen. Die Saison wurde abgebrochen und so spielte Marseille dann auch. Der FC Bayern machte hier einen sehr positiven Eindruck an diesem Freitagnachmittag auf dem Campus in München. 17. Minute. Die Führung war schon langsam überfällig. Leon Goretzka mit dem nächsten Abschluss. Es war hier tatsächlich nicht ein unbedeutendes Testspiel für die Elf von Hansi Flick, sondern es wurde eben als Generalprobe erachtet. Und man ist sich dessen sicher, wie schwer die Aufgabe gegen Chelsea nochmal sein dürfte. Aber dann konnten sie auch zuschlagen. 21. Minute. Thomas Müller bekommt hier den Ball optimal in den Lauf gespielt. Der bleibt dann vor Dia kalt. Mondon da nur auf der Bank. Der junge Nachwuchskeeper Dia darf sich hier mal versuchen. Kurz vor dem Seitenwechsel noch eine Standardsituation. Das konnten die Bayern dann durch Boateng auch ausnutzen. Und diesmal sieht Dia überhaupt nicht gut aus im Tor von Olympique. Klar ist ein Aufsetzer von Sakai vielleicht noch leicht abgefälscht. Trotzdem da verschätzt er sich komplett. Und so schlägt der Ball zum 2 zu 0 ein. Das bedeutete gleichermaßen, den Halbzeitstand war auch verdient in der Höhe. 2 zu 0 war absolut gerechtfertigt. Der FC Bayern also schien von seiner Dominanz wenig verloren zu haben. Wenngleich Olympique Marseille eben auch nicht so stark war, wie Chelsea wohl werden wird. Hier war es eine Abseitssituation, die verhindert, dass Goretzka gar das 3 zu 0 erzielen konnte. In der 50. Spielminute die Fahne ging zurecht nach oben. Weiterhin aber kein Nachlassen. Kimmich heute als rechter Verteidiger aufgestellt, weil Pavard verletzt fehlt. Malz rückte trotzdem immer wieder mit nach vorne. Seine Position im zentralen Mittelfeld besetzte Kouassi, der Neuzugang aus Frankreich. Aber Olympique, zumindest das konnte man ihn nicht absprechen, bemühte sich, versuchte es noch einmal nach vorne. Für sie geht die Ligue 1 Ende August schon weiter, also einen knappen Monat vor der Bundesliga. Sie sind nicht mehr im Wettbewerb internationaler Art vertreten. Hier mal ein Abschluss, der für Neuer aber kein Problem darstellt. Schon die Schlussphase, es trudelte so langsam aus. Der FC Bayern München merkte auch, dass er in der Vorbereitung ist. Da ließen die Körner am Ende etwas nach. Paillette mit der Hacke zu Germain. Das vermeintliche 2 zu 1 aber wurde auch schnell zurückgenommen. Abseitsposition absolut richtig erkannt und so blieb es beim 2 zu 0 eine gelungene Generalprobe für den FC Bayern München, wenngleich ihnen auch bewusst ist, dass das Spiel gegen FC Chelsea nochmal von anderem Kaliber sein wird.